Für die 50er, man lud so nicht zuletzt um stolz eh, EU erworbenen Güter pressen, eh eh zu können, es musste ja nicht eh gleich die Schrankwand mit, eh, minus 2, erterbar sein die damals in kam, aber ab Mitte des Jahrzehs gehörte auf jeden Fall eine, 24 in die gute Stube, glotzige mit einem Kunstglas auf Unterstrich, eh den schicken Hi-Fi-Möbeln, in Schneewittchen sagte, Die Geselligen treffen zwar als zwanglos, aber Schwerstarbeit für die die Häppchen vorbereitete, zaskalte Buffet-Buck, dort eh genommen, eine Ecke, Torte, den Backofen auf 200 Grad vorheizen, die Springform mit Butter einfetten, die Butter mit dem Parmesan verrühren, dann nach und nach die Eier unterarbeiten, das Mehl mit 1,5 Teelöffel Salz, dem Paprikapulver und dem Backpulver mischen und unter die Eierkäsemasse mengen, 2, den Teig in 5 Stücke teilen, jede Teigportion auf dem Boden der Form flach drücken und im Backofen, Klammer auf Mitte, Klammer zu, in ca. 7 Goldgelb backen, die Böden auskühlen lassen, den Kräuterfrischkäse mit dem Mascarpone cremig rühren, die Tortenböden damit bestreichen und aufeinandersetzen, Klammer auf, falls noch Käsecreme übrig ist, die Torte rundherum damit bestreichen, Klammer zu, zum Schluss noch den Schnittlauch waschen, trocken schütteln und in Röhrchen schneiden, die Käsetorte damit bestreuen.